Let's Play Meine Craft mit Brian Bausch. Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play Meine Craft. Ähm, wie können wir jetzt was machen? Also ich gehe jetzt hier weiter hin. Darauf. Laden. So, Server Initialisierung. So. Oh nee, was ist denn jetzt wieder mit der Kamera los? Muss ich das jetzt wieder runterstellen, oder was? Na gut. Was soll's. So, jetzt sind wir noch da, wo wir, wo wir noch so getan hätten, als hätte dieser Kaktus was kaputt gemacht. Und wir könnten jetzt mal heute eine Brücke bauen. Könnte ich mal machen. Heute mal eine Brücke bauen, so. So. Kohlenerz. Pflastersteine. Ich bringe Stein. So, jetzt fangen wir mal an hier eine Brücke zu bauen. So, das könnte ich jetzt mal machen. So, das könnte ich jetzt mal machen, hier. So. So. So, das soll jetzt eine Brücke sein. Oh nee. Was ist denn jetzt wieder los? Ah nee, scheiße. So, das hier ist eine Brücke. Und sie könnte mal, äh, bis da gehen. So, jetzt bin ich da. Dann warte mal. So, dann mach ich doch einen Berg da raus. So. Also, wir werden jetzt eine Brücke bauen. Habe ich mal überlegt. Also, heute mal Brücke bauen ist angesagt. Ich leg da mal einen Kaktus hin. Das hier kacken muss. Sehr lustig. Hier ein Kaktus, das kacken muss, ey. Ich kann da aber noch einen größeren Kaktus machen. Dann ist dieser Kaktus hier ganz oben, ey. Hier, guck dir das mal an. Dieser Kaktus ganz oben. So. Ein Kaktus, die nach ganz weit oben geht hier, ne. Das wird sehr bequem. Oh, jetzt wird's gleich schon dunkel sein, oder was? Oder was? Jetzt ist hier gleich dunkel. Oh, ne, ey. Bis in dem Himmel hier. Mitten im Himmel da. Jetzt bin ich da. So, jetzt, ähm... Tu mir weiterhin nochmal platzieren. So. Ah, ne, Steine. Oh, was ist das? Verrottetes Fleisch hab ich. Nee, warte mal. Da muss ich... Da muss ich noch einen abkratzen. Nein, nicht das. Sondern ich muss das hier abkratzen. Den Sand. So. Boah, alter, falls ihr jetzt seht das auch mal, ne? Das seht ihr jetzt mal auch. Was müssen wir alles hier abkratzen, da? Boah, alter, falter. Was ist denn hier heute los? So viel Arbeit heute. Alter, leck mich am Arsch. So. Dann machen wir jetzt mal dies. Ne, nicht das. Sondern das. So, das ist jetzt hier ne Brücke. Ja, jetzt gehen die Batterien wieder leer. Das hier ist jetzt ne Brücke. Das muss eine Brücke jetzt sein. Ah, nicht das. So. Dann machen wir mal hier die Stelle. Nein, das nicht. Ich will nämlich das hier bauen. Ne. So. So, sagen wir mal dies. So, hoffen sie, ich gehen die Batterien jetzt auch nicht leer. Weil da hab ich immer Angst. Und ich hab da keinen Bock. Weil sonst will ich das jetzt hier verkack-eiern. Ne. Ne. Jetzt machen wir erstmal hier. Das hier weit weg geht, ey. Oh, ne. So. Hier die Stelle noch. So. Gehen wir noch da entlang. So. Und dann machen wir jetzt mal dies. Hier ist ne Brücke. Könnt ihr mal sehen. Ähm. Ne, das wollte ich jetzt mal hier abbauen. hier diesen Kram hier. Weil ich will da nämlich eine Brücke bauen. Ich bin ja nicht in einem Tempel. Oder sowas. Weil das möchte ich jetzt mal abbauen. so. Jetzt wird es schon langsam dunkel. Jetzt gibt es aber gut Zeit. So. Das hier ist ne Brücke. Und das hier. Das soll jetzt eine Brücke sein. Das muss ich noch abbauen. Das muss ich noch abbauen. Dann machen wir noch tief. Und dann machen wir noch tief. Jetzt wird es aber gut dunkel, ey. So kann man ja nicht sehen hier. Ja, dann... müssen wir das mal hier anpassen. Dann machen wir noch mal das. Ne, so sieht das auch nicht so gut aus. Dann machen wir noch mal das. Na ja, gut. So. Das ist jetzt ne Brücke. Wo ist ne Brücke? Hier. So, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. So. Das bauen wir ab. So. 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 Hä, hallo? Ah, da ist doch der Stein. Hab ich übersehen. So, da gehen wir mal etwa da entlang. Das soll ja nicht eine Straßebrücke sein, sondern das soll ja nur eine Steinbrücke sein. Hä, was soll das jetzt? Was soll das? Hä? Na gut. Nee, nicht der Sand. Was ist denn da? Oh. Guck mal da an. Oh nee, jetzt schon wieder ein Horror, ne? Ich hasse den Horror. Und wenn ihr macht mir was kaputt, dann rast ich aus. Wird nichts kaputt gemacht. So, das hier ist jetzt ne Brücke. Können wir nochmal sehen. Hier ist ne Brücke. So, und dann können wir für diesen Episode Feierabend machen. So, ich bin jetzt am Ende der Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da umladen. Werden wir uns auch in der nächsten Folge wieder sehen. Und ich sag danke für's Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Euer Brian Bausch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.